Hehehe Oh wie geil, da ist es ein goldiger Bott, aber er steht gerade da Kann ein Skarpeer so lange mal aus dem Bott cauen Oh, oh, da hat ein Boy wie mir Oh, der ist geschraubt Wo möchte ich am Wienischen sehen? Nein! Nein! Er ist cracked Stecken sich da hinten an Böxchen Nice Ich will schauen, ob der Bloody etwas von mir hat Oh, da war es Scanne den Bereich Hier haben wir gefunden, heile mich Heile meine Wunden Ich sehe einen von ihnen, bereit halten Ich verlasse meine Drohne, wir können gehen Ja Der ist immer noch am Laufen, Mann Jetzt hat er meine Drohne geschlossen Werfe Granate Werfe Granate Hier ist kürzlich jemand Markero, unser Rund Evo Wir stehe unter Beschuss Verstehen da dann? Immer noch So ein Skif, Mann Ich helfe dir Ich helfe dir Evo Schild, hier Stufe 3 Nur noch 45 Sekunden Moment Schilden werden aufgelöst Sekunden Ich lege mich nur zusammen Ich lege mich nur zusammen Gegner genau hier. Warte, der schießt sich. Was ist uns den Weg hier nehmen? Der Rang bewegt sich. Nice. Aufmerksamkeit Aber gib mir Klarsicht! Achtung! Lieferer Kehrpaket an! Augen zum Himmel! Kehrpaket ist unterwegs! Wir brauchen zwar nicht wirklich Materialien, für das, was heute immer ist. Was? Ah, okay, ja. 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 Äh, der Dän ist gerade gelandet. Und irgendwo ist gerade ein Päckchen runter oder etwas. Biss. Was ist das? Das Tal ist oben. Hier ist ein Replikator. Ja. 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 einen neuen killspitzenreiter im bunker ohne gar nichts mehr überraschen einen krank, gut neben dir er lebt ja noch Ja, der hat auch einen goldigen Kast. War geil, drüben will einer. Ja, aber nur wenn wir bald wieder gehen, dann sind wir die Nächsten. Zum Glück habe ich Überwachungstrauen. Scanned worden. Von unten. War gut. Wohin soll das sein. Markiere unsere Umgebung. Kraft! Kommen von der Boy! Boi! Leckste Dunkel! Wir haben gerade böse verschenkt. Rötige Flagsbleiben. Ah nein, die Brawler ist besser. Ja, es sind 1000 Batterien. Zwei. Es sind zwei. Es sind zwei, aber ich habe schon sechs. Das muss ich langsam hören. Jetzt werde ich wieder abhängig. Wow! Hast du die Boxen im Bunker gesehen? Und die Pins hier oben sind noch alle zu. Ja, vor allem ist von dieser Seite einfach niemand irgendwie... Keine Ahnung. Ich habe Lust gehabt, um die Dinge aufzumachen. Geht es eigentlich noch? Irgendwo da. Ah, hinten am Berg. Segen mich mit Klarsicht. Care Paket ausgeliefert. Care Paket von oben. Also wenn du dann voll parat bist, ich hätte ein Weihnachtsgeschenk für die da hinten. So besinns. Das ist sicher ein Crack. Das hilft. Scheiße, er ist auch am Blatthauen. Und der ist voll drin. Rander ist unten. Genau hier. Ist doch im Heilen. Hat sich gehalten. Nice. Sieb, sieb, sieb. Ballon. Bisschen. Geht es eigentlich noch? Mein Kollege da so blöd anficken. Überwachungsdrohne. Ja. Ja. Hier ist dein Fall. Ah, das ist die andere. Ja, dort, 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 dort. Ah, Mann. Wo siehst du mich, Mann? Oh, nein, nein. Bei den Kisten. Bei den Kisten ist mir Arsch. Ah, okay, hat mich in der Drohne verwischt. Wenn jemand auf meine Drohne zu streiten. Lade meine Schilder auf. Ich frage mich, wo der Rest ist. Ich markiere unsere Umgeber. Ah! Der hat Violet da unten. Den dauernd Kryptor. Was? Er hat sich mal gemacht. Cracked. Kryptor cracked. Ah. Könnte ein Klon sein. Ja, ist ein Klon. Da könnte auch ein Klon sein. Er hat vor der Ulti gezündet. Der andere ist beim Haus. Cracked. Er hat vor der Ulti gezündet. Nein! Das ist nur ein Klon. Moment. Jetzt sind wir noch oben. Er ist im Haus hinein. Er ist im Haus hinein. Ich höre ihn. Ja, das ist ein Klon. Er selber ist immer noch im Haus. Ja, ja, ja. Ich komme. Bleib dort bei den Türen. Ich gehe in die Obertüre. Los! Er ist cracked. Ja, das ist egal. Das ist nicht der Zweite. Wir müssen ihn einfach nur noch Minuten beschäftigen und dann in die Zone rennen. Ja, das ist sicher. Das kann ich auch nicht wissen. Ja, ich möchte ihn gleich ein Schwarz machen. Noch mal einen Sieg, Alter! Ja, Husteln auch die Splätzli, eh. Ihr seid die Apex Champions. Warte, haben wir die jetzt gerade nacheinander gemacht? Oder haben wir zwischendrin mal noch abgehackt? Ja, schau ihn dir an, Bub. Macht er das in 2k Badge schnell?